Ein hübscher Vogel. Oha, wirst du George von dem Unfall mit dem Hühnchen erzählen? Oh wei, sollen wir lügen oder sollen wir die Wahrheit sagen? Wir sind heute mal ehrlich. Wir machen das. Wir sind heute mal brav und freundlich und ehrlich und nett. Das ist der nette Mann. Der unschuldige Mann. Wir werden das dann noch mal wiederholen und alles möglichst scheiße machen. Oha, ein Fisch! Was sollten wir damit machen? Fisch freilassen oder mitnehmen? Den lassen wir frei. Wir sind heute lieb. Es riecht Fisch. Bye Bye Fischer Fischer! In der zweiten Uhr sind wir dann eine ganz böse. Da könnt ihr euch schon aufräumen. Das ist dann hier immer. Da sind wir. Und hier sind wir. Das Haus von George. Ich bin ein bisschen nervös über mich zu erinnern. Das mache ich dann alles anders am zweiten Uhr an. Ich hoffe, ich kann mich dann noch daran erinnern. Wenn nicht, muss ich nachgucken. In meinem eigenen Netzplay. Klopfen oder klingeln? Wir klopfen erstmal. Ganz freundlich. Zu früh kommt. Nicht zu laut. Oh. Okay. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Entscheidung war. Ich habe einen Mann, der im Meer fließt. Es fühlt sich wie dieser Fischer. Warte, wir können doch bestimmt. Glitzer. Warte, hier. Schade, können wir nicht. Ein Bild. Oh, was eine schöne Bildung. Ich wünsche, dass ich eine solche Bildung mit meiner Mutter und Vater hatte. Oh, wie süß. Was zum... Hallo? Was ist es, Miss Fortune? Nichts. Was war da los? Was ist da los? Warte, was ist das richtige Haus? Wo ist die Portion? Hallo? Okay. Nicht im richtigen Haus. Ach du schräg. Entschuldigung, bist du George? Warte, bist du der Chef von einem Papi? Weil ich wirklich schlechte Nachrichten bringe? Oh nein. Warte. Es sieht aus, wie er sich hängte. Hängte sich? Hängte sich? Wie ein Piñata? Wollte ich ihn wie ein Piñata? Nein. Ich weiß nicht. Er ist tot. Tot? Er ist tot. Aber er ist ein Paar süßes Boot. Er... kann nicht tot sein. Nicht hauen. Nicht die Bäspauschläger nehmen. Oh, okay. Hey Miss Fortune. Und ich denke, dass diese Party vorbei ist. Lass uns gehen. Ich will dich in der dritte. George, du weißt? Jetzt, dass du tot bist, dein Papi ist weg. Ich mag den Papi. Tschüss. Tschüss. Wir kommen bis zum Blitzer hier. Tschadam! Glückwunsch zu George der Piñata! Schön schön. Okay, ich bin jetzt hier. Lass uns in die Brüder gehen und diese eternale Glückwunsch zu bekommen. Ja! Lass uns in die Brüder gehen. Okay, was passiert hier? Im Wald. Ah! Ich liebe die Wälder. Mit den Brüdern und den Bärchen und die Tiere. Gefährliche Tiere, Miss Fortune. Du könntest dich in einen Fokse gehen. Einen Fokse? Wie Benjamin? Ja. Aber alle Fokse sind weiblich. Also schau deine Augen öfter. Oh, okay. So. So. Fokse sind alle böse und wir müssen aufpassen, dass wir kein Fokse regnen. Aber so. Haha. Was haben wir da? Eine Puppe am Baum. Was ist das? Eine Dole? Alles beginnt mit dem Lied einer Dole. Was auch mal eine Dole ist. Alles beginnt mit dem Lied einer Dole. Alles beginnt mit dem Lied einer Dole. Hie elchem. Alright. Eins steht da drauf. Wir haben es eingesammelt. Hey! Was hast du da drin? Nichts. Nix haben wir da. Haben wir im Inventar drin sehen können? Ich fürchte nein. Moment nicht. Oha! Was ist das? Ein wilder, gefährlicher Vogel. Warte, ich kenne diesen schwarzen Tail. Es ist Benjamin. Es ist nicht wichtig, attack ihn, bevor er dich tönt hat. Ich denke, ich denke, Benjamin will mich töten. Jetzt haben wir wieder die Wahl. Hallo, ist dein Name Benjamin? Willst du mit mir spielen? Oh nein, nicht gehen! Puh, was ein Relief. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das machen sollen, ob wir dem Mr. Stimme, Mr. Ways, trauen sollen, ob wir nicht doch lieber den Fuchs. Okay, ein Farbeimer, ein Pinsel. Die Kreiszone malen. Ui! ach du schreck was ist da passiert polis dass irgendwas passiert hat die polizei was abgesperrt eine form die schöne gehen im wald bleiben was passiert im wald bleiben gehen wir weiter im wald oder die kühle nicht ich wäre schon gespannt was eine höhe ist also ich versuche es mal weil zu bleiben sind brav und gehen nicht in den kühlen rein jetzt gehen wir doch rein ja bleibt uns ja noch eins übrig hier bleiben oder weiter gehen ich kann nicht erwarten zu sehen die magie kann ja so das kamera spiel jetzt hier wenden wir hätten wirklich zurückgehen können richtet sich dann was allen verändert dann habe ich auch noch nicht gedacht dass es die möglichkeit gibt einfach zurück nach hause zu laufen dass ich dann vielleicht dort was erinnert hat dass dort vielleicht die mutter mit dem abend ist noch von zweiter dass das dann vielleicht dort weiter geht aber gut dass da auch noch den weg gibt was haben wir denn da werden es wohl gleich sehen was ist das ein 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 und im h fian Das ist doch putzig. Oh nein. Nein, ich glaube nicht, dass das Pfefferminz sind. Ganz ehrlich. Nein. Ach du Schreck. Hat es davon gekostet. Das ist aber heftige Pfefferminz. Das war nicht so gut, Frau Fortune. Ich bin okay. Ah, okay. Da haben wir wieder hingekotzt. Ach du Schande. Dann schauen wir mal. Sehr interessant. Hübsche Autos. Okay. Okay. Also das hatten wir schon. Tja. Schau an sie. Mit ihren kleinen Cocktails und ihren kleinen Kleinen. Das ist zu süß für mich. So, wir gehen weiter. Mit unserem unschuldigen Mann. Ach du Schande. Ach du Schande. Bitte nicht. Deine Geheimnis ist sicher mit mir. Danke. So können wir irgendwie helfen. Excuse me. Do you need a system? No? Hey Miss Fortune. We need to find a way out now. The eternal happiness is still out there. Okay. I'll look around. Okay. Ehm die Kisten angucken. Die Bundeslade öffnen. Können wir nicht. Fahrstuhl. Oh. Ein Leiser. Ich dachte das wäre ein Fahrstuhl. Leiter klettern im Kanal bleiben. Was bleibt uns übrig? Klettern wir die Leiter. Dramatisch. Was bleibt mir?